Hier, ich erinnere euch mal dran. Die macht hier die Spinnweben mit den Händen weg. Da kommt später eine Stelle, da sagt sie, ich will nicht mit bloßen Händen an die Spinnweben gehen. Achtet mal drauf. Hier macht sie es noch. Weiber. Wissen nicht, was sie wollen. Warum würden Piraten attack Davy Jones? Wir werden sehen. Vorher, als der infamous Seadevil geworden ist, war er der größte Künstler der Merchanten. Er rand his partners' businesses into the ground, claiming they only had their own greed to blame. In the Pirates, he chose the wrong partners to betray. They sought revenge. And so, they gathered the ships and sailed towards Davy Jones and his little island in the sea. Ja, wir haben wieder etwas bekommen. Hier, da macht sie sie wieder mit den Händen weg. This place is where I've kept my greatest treasure. The greatest I could ever hope for. Wir haben ein Bild gefunden. Hinweis auf Schatz. So, und da haben wir unseren Kollegen. Und da haben wir den Händen weg. Ja, du hast den Händen weg. 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 Es ist ein schönes Schatz. Es ist ein schönes Schatz. Ich weiß nicht, wo der Ort ist, aber es ist ein Weg zu finden. Du kannst es nutzen, um die Stadt zu kommen. Alles, was missing ist, ist die Verbrecher. Ich kann es sagen, dass ich es irgendwo hier hatte. Ja, das ist das Nächste, was wir hier tun müssen. Ein Kerzenlöscher. Hm, werden wir finden. Schlüssel. Kerzenlöscher. Den hatten wir da. Schlüssel hätten wir da. Farben. Die sind hier unten. Ein Hut. Der ist da. Flügel. Da. Federn haben wir auch. Da. Entschuldigung. Fernrohr. Dreieck. Das war da. Ein Lineal. Kein Lineal, aber ist egal. Ein Kolben. Ein Lorenriemen. Das ist der und eine Armbrust. Das ging schnell. Wow. Wow. Himmelbildmeister. Und wir heizen in die Stadt. Woher geht's? To the witch? She's a crazy old bugger. Most times she's babbling on about waking up those damned old guardians. They're not going anywhere, so stay a while. Play a game with me, eh? What do you mean you're in a hurry? Oh, that is unfortunate. Because I'm so bored, I might just rat you out to Davy Jones if you don't play with me. Ja, und jetzt ist mir was aufgefallen. Der hat hier ein weibliches Stück. Anschlussstück. Und hier ist ein männliches. Man hätte ja hier das hier dran machen können. Und hätte dann hier drehen können. Die Winde zieht das Seil. Da hätten wir das schön weggezogen, den Kerl. So, aber wir brauchen den Haken. Hier ist eine Karte. Die haben wir schon mal gefunden. Nee, ich glaube nicht. Aber ist egal. So. Genau. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden eine Prothese bauen. Hier haben wir Säure. Und Schlüsselkram. Und Holz. Und eine Zange. Was es nicht alles gibt hier. So. Achso. Hier können wir das Sternchen einfügen. Kriegen hier... Das können wir noch nicht nehmen. Ein Pinsel. Wir können hier drauf gehen. Kriegen einen Magneten und einen Pinsel mit Farbe. Und ja. Was haben wir hier? Da fehlt eine Rolle. Die kriegt man noch. Keine Angst. Wir holen uns mit dieser... Ich trottel. Mit dieser Zange holen wir uns jetzt die Rolle raus. Machen die Rolle hier rein. Machen wir hier ein Bild draus. Schöne Sache, das. Wir kriegen hier einen. Der uns aber leider runterrollt. Schade. Wir kriegen hier ein Seil. Das Seil binden wir hier dran. Wir benutzen das so, dass wir da voll megamäßig Kram machen können. Hauen das hier raus. Wir schrauben bitte seine Pfeilen an. Das ist für mich eine große Frage. Wir haben mal ein Zahnras machen wir hier dran. Dann holen wir ein Stück Holz. Jetzt haben wir grundsätzlich alles, was wir brauchen. Hier ist die Anleitung. Stück Holz. Stück Holz einspannen. Rotationsdesign und anmalen. So. Los geht's. Dann machen wir hier mit der Pfeile mit drei Zügen eine Hand. Ich glaube, um so ein Ergebnis rauszukriegen, brauchst du mindestens als unerfahrmer Mensch. Mindestens 20 Tage. So was einigermaßen. Ja, 20 Tage. Aber mindestens drei Tage, um so was hinzukriegen. So. Jetzt geben wir dem Typen die Prothese. Jetzt hat er den Arm. Jetzt kriege ich erstmal deinen Haken, du alter Stricher. Um mal dieses Wort, um mal so ein Wort zu benutzen. Hauen den hier rüber. Ziehen hier. Und jetzt haben wir eine Brücke da. Die können wir drücken. Das bringt uns aber noch nix. So. Können wir hier noch nichts machen? Ne. Wir haben aber hier einen Nuss. Einen Nussbaum. Tot und verdorrt. Können hier auch noch nix machen. Können aber hier den Kram rausholen. Nehmen wir eine Dublone und eine Zange. Die können wir hierfür benutzen. Und schauen uns eine K10 an. Das ist die source von Davy's success. Even bevor er wurde ein merchant, er hatte eine ungewöhnliche lach. Back als er war ein fisherman, er hat entire nets full of fish every night. Soon er konnte afford eine zweite boat und nach dann eine Armada. Der Geld kam, aber Davy's daughter nicht enjoy die nice Dinge er bought er. mehr und mehr sie longed for this simple life they had led on the shore. Ja, sie war also nicht zufrieden mit dem Reichtum. Schade. Können uns die Nuss leider nicht nehmen. Geht noch nicht, nee. Lass mich überlegen. wie kriege ich denn nochmal den Würfel. Die ist tot und verdorrt. Ja, schön. Müssen wir mal überlegen, was wir machen müssen. Im Tunnel gibt's was. Und zwar, was gibt's denn hier? Ach ja, wir können diese Nögel entfernen mit der Zange. Genau, so war's. Hier eine Dublone und Pulver. So, jetzt können wir zu Kollege Schnürschuh gehen. Ah ja, hier unten haben wir so Pflanzen Wachstumskram. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das hab ich vergessen. Und dann jetzt hier Nüsse und die geben wir dem Raben um dann ein komplett geskriptetes Spiel zu spielen. Das glaub ich, ich zeig's euch. Das ist komplett geskriptet. Los geht's. Wir haben Mörfe geholt. So, wir würfeln und haben eine 1. Geht drei Felder weiter. So. Wir machen wieder nur nix. Gehe fünf Felder vorwärts. Also ja. So, geh zwei Felder zurück. Wir müssen wieder zurück. So, und jetzt wird aufgedreht. Wirfle nochmal. und jetzt ist er dran, hat nicht besonderlich viel. Genau, so war es das letzte Mal auch. Und wer als erster eine 6 wirfelt, hat gewonnen. Wer da vorne ist. so, und er hat auch keine 6, aber ich habe jetzt der 6. So, gewonnen. Und genau so war das Spiel das letzte Mal auch. Okay, you want fairs and squares. Get on. I won't say a word about you to Davey Jones. So, und hier haben eine Hexer. Are you? What do you want? You want me to locate a place? No, I can't. Davey Jones wouldn't like it. On the other hand, you seem quite strong and determined. Do you think you well uncover Davey Jones secrets? Well, prove it. See this Guardian. Wake him up. Those creatures possess crystals that belong to my voodoo staff. Without them I'm powerless. The Guardians carry very potent crystals. Do you know me twin brother? He stole all me money. Then he claimed he would find the last treasure of Davey Jones and free us all. We had a fight and you ran away. I had to close the shop down. If you see him, please tell him I forgive him. I just want me brother back. Niedlich, ne? So, und jetzt gehen wir hier einfach mal gucken, was hier phase ist. Hier ist zu. Hier ist ein der törische den Wächter zu zerstören. Sie denken, dass dies den Fluch aufheben würde. Ich stimme der Hexe zu. Die Wächter sind der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wenn wir alle zwölf erwecken, wird das unser Schicksal ändern. McGowan, der Kneipenwirt. Da haben wir eine Nadel, ein Knochen, eine Knochennadel. So, wir heizen jetzt mal hier weiter. So, wir machen hier per Try and Error machen wir hier die Diplone frei. Die verehrten Bürger dieser Stadt bewahren meinen Code sicher auf. Sie wissen allerdings nicht, was sie da aufbewahren. Ha, typisch. Hier muss eine Flasche, hier muss eine Flasche hin. so. Ich habe den Kopf des Wächters versteckt. Ich lasse nicht zu, dass die Statue weiter zerstört wird. Yo, der hier, der ist total voll. Fragt mir nicht wie und warum. so, wir haben ein Porträt eines Stadtbewohners, das brauchen wir hier drüben. Jetzt habe ich gleich noch ein schönes, kleines Rätsel von den Stadtbewohnern. Cooles Bild. Wir können hier die Käfigtür öffnen. So, jetzt müssen wir hier den ganzen Kram anklicken. Schönes Ding. Und da suchen wir die nächsten Sachen und zwar Flaschenteile. Ja, Flaschenteile. Das sind ein paar. Hier ist Hals. Hier ist das. Hm, hm, da, da. Fragt mich nicht, wo hier der Stöpsel sein könnte. Ich habe es schon wieder voll vergessen. Den habe ich das letzte Mal schon gesucht. Ein Stöpsel. War jetzt ein schwarzes Teil, das nicht so groß ist, leider. Dass man es nicht allzu gut sehen könnte. Ja, Leckomio. Das ist ein Gewicht. Hier ist ein Stöpsel. Und jetzt fehlt uns nur noch das letzte schwarze Teil, Glasteil. Das ist hier. Gut, jetzt haben wir eine Flasche gekriegt. Eine Rumflasche. Gehen hier hinter. Wir haben ja schon gesehen, wir brauchen hier eine Flasche. So, tauschen um. So, und schon haben wir was bekommen. Hier fehlt eine Kanone. Wir haben halt, nee. Wir haben, hier will ich hin, an das verborgene Tor. Wir müssen hier ran. Drücken alles rein, kriegen ein Bild und verpfeifen uns wieder. So, jetzt müssen wir hier mal kurz überlegen, was wir hier noch machen müssen. Dublonen, Schatzkarte, den Kopf habe ich ja noch nicht. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Ach ja, hier ist das Bild. Das Bild haben wir noch gesucht und jetzt, ach, hier ist ja. 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer. Super Elite. Hörst du? Sie spielen unser Lied. 99 bottles of beer on the wall. Super Film. Wie hieß der? Der hieß Verfluchte Axt Wiesen. Der die nackte Kanone war das. Nee. 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 So, das ist eine Frau, wie ich richtig erkannt habe. Also, die Frau muss dahin, weil das der Himmel so. Der muss dahin? Nicht. Hier ist noch eine Frau, sehe ich gerade. Die muss dahin. Da passt nämlich die Klamotte nicht dazu. Wir brauchen noch einen Frauenkörper. Das ist ein Frauenkörper? Nee. Das ist ein Frauenkörper, genau. Jetzt haben wir noch eine Frau übrig. Nee, sogar noch mehrere Frauen. Hm. Ja, das passt. Hier haben wir so einen komischen Mützenpirat. Passt auch nicht. Der passt schon. Können wir so lassen. Hier, der gehört dahin. mach ich einfach mal hier hin. Ja, das stimmt sogar überein. Hier, der hat eine Spitzhacke oder irgendwas in der Hand. Ein Hammer, okay. Gut. Hier kommst du hin, hier kommt er nicht hin. Nein. Vielen Dank.